ARD Text im Auftrag von Funk Tag Dan! Hey Lars! Let's get up in Dan's City! Du wirst es nicht glauben, aber ich bin bald ein gemachter Mann. Und ähm, was machst du? Ich hab da was Neues entdeckt. Online Lotterie im Internet. Mhm, kann ich mal sehen? Klar, ziemlich simpel. Also man muss dir nur 50 Euro überweisen und man gewinnt eine Million Dollar. Der einzige Haken ist das, was nur heute funktioniert, also ich muss mich beilen. Bist du eigentlich total durchgeknallt, oder was? Denk doch mal eine Sekunde nach. Die denken, die können jeden verarschen, aber nicht mit uns. Nein, nein, nein. Wir überweisen dann aber das Zehnfache. Dann bekommen wir auch das Zehnfache an Kohle. Scheiße, Mann. Du hast recht, damit rechnen die nicht. Die ziehen mir sowas von ab. Na ja. Mannos, mach! Schick ab. Schick ab. Schick ab. Schick ab. Schick ab. So. Jetzt müssen wir nur nachwarten. Ja. Schick ab. Schon drauf? Ich aktualisier mal. Nein. Wir haben schon Probleme mit dem Server. Ja, hört man oft. Ja. Ja.